warte mal also wir können die alle kaufen ja verkauft die scheiße mal wieder wo wollen wir hin b ja ab b abtakt da liegen und take nine zumindest ich hab im vollen gürtel dann lass mich dann lass mich b flaschen die haben das die collision von den models haben die ein bisschen verbessert oder umstand ja der ist aber gut beide tot beide tot hinten rechts kommt einer ja ja schon klaus Ah, doch nicht. Ah, der ist mitgegangen. Hat der echt Mitte gesteppt gehabt, einfach. Ah, der hat sicherlich A durchgepusht und ist dann Leiter hoch oder so Mitte. Irgendwie sowas. Aber die Digelschellen waren gut. Die Digelschellen, die waren uff.